Nicht wenn ich's kaputt mach! Warte, wir gehen hier runter. Ich verbrauch erst mal meine Fackeln. Ich hab eh nur noch zwei. Warum hast du nicht mehr Fackeln mitgenommen? Hier ist Wasser. Warte, ich hab das schon zugesetzt. Da ist Eisen. Ich baue das schon ab. Geh du mal weiter. Oder hast du keine Fackeln mehr? Doch, hier ist eh Ende. Warte, da ist noch mehr Eisen. Ja, warte. Du musst aufpassen, in einem anderen Teil ist Dings drin. Hast du Holz, dann könnten wir Crafting Boxen machen. Ja, aber ich hab nur noch genug Holz für zwei Crafting Boxen. Ja, warum hast du jetzt das ganze Eisenhals aufgesammelt? Ich nur zwei, weil mein Inventar voll Lust. Ach so, ich hab ne Kartoffel gefunden. Heb die auf jeden Fall auf, die brauchen wir unbedingt. Cool, Kartoffel! Ich weiß mal grad alles. Was brauchen wir denn noch alles? Warte. Bist du schon draußen? Nein, ich bin hier. Ich warte auf dich. Warte. Wir gehen jetzt noch da hinten rein, warte. Ich muss was draußen. Ja, warte, geh vor, weil da ist ein Skelett und wenn ich da bist, Kartoffel weg. Jetzt muss ich alles angreifen, was hier kreuscht und fleuscht, weil du die gute Kartoffel nicht in mir vorbringen willst. Genau. Ach so. Und dann rennt er direkt wieder vor. Jetzt kann ich das aber fürhin nehmen, weil du nur zwei Fachgeld hast. Achtung, Zombie! Skled! Ah! Alle gemacht. Nein, hier ist noch ein Zombie. Kümmer du dich mal um den. Hier ist noch, äh, Dings. Warte, hier ist noch... Ne, hier ist auch nix. Lass dich... Nein, lass die Fackeln da! Und wenn nicht machen wir uns aus Kohle ein bisschen Fackeln. Unser einziges Problem ist da das Holz. Warte, bau die ganze Kohle ab, gell? Wir können die gebrauchen. Ja. Ähm, jo. Hier geht's auch noch hoch, David. Warte mal grad. Warte mal grad auf mich. Ich bin hier noch grad Kohle am Abbaum. Ah, hier geht's wieder raus, cool. Wo, zeig mal gleich. Hier ist wieder raus, okay. Wo bist denn du? Wo hast du jetzt die ganzen Fackeln her? Hä, Fackeln? Wow, Creeper, Creeper, Creeper. Wo geht's denn da hoch? Hallo? Hm? Wo geht's da hoch? Äh, hier geht's wieder raus, wo ich bin, hier. So, warte, ich sitze mal grad. Da ist noch ein kleiner Gang. Komm hier, da rein. Ja, da ist ein Creeper. Ich hab den zugebaut, weil er ein Creeper ist. Ich hab die heilige Kartoffel. Der Creeper ist grad noch nicht geflogen. Ja, zwei hat's weggerissen. Musst du nur auf mich warten, damit ich Fuck einsetzen kann. Hier ist noch Kohle. Bau die mal ab. Ich hab jetzt grad eben schon die ganze Zeit Kohle abgebaut. Bau die mal ab. Hallo? Ja, hier ist eh Ende, also von daher. Ja, dann bau die mal grad ab. So, ähm, sollen wir dann auch morgen den Uploadplan ändern? Ja, klar. Weil wir sind ja eh nur noch zu dritter, machen wir so jeden Tag ein Video oder so. Hm. Ich glaube, auch heute Abend nehm ich da keinen Warthunder mehr auf. Da aus Dead Island nichts geworden ist nach drei Anläufen, hab ich jetzt auch keinen Wissen mehr das zu machen. Also schwenke ich zu Warthunder. Ja, dann mach das. Ist besser wahrscheinlich. Wenn ich irgendwann mal wieder Lust hab und das Gefühl hab, ich hab mal Glück mit den Aufnahmen, mach ich vielleicht nochmal das andere mal. Ich plane, also ich kontrollier mal als zwei, dreimal auch wirklich alles anders. Ne, das erste Mal war ich zu leise. Das zweite Mal hatte ich gar keinen Ton. Und das dritte Mal, ähm, war meine, ähm, wenn ich ein Update von meiner Grafikkarte mache. Komm mit. Ja. Ach kacke, da ist gar nichts. Wenn ich ein Update von meiner Grafikkarte mache, geht automatisch diese 3D-Sicht an. Ja. Das Problem ist, wenn ich dann mit Fraps aufnehme, dann nimmt das, ähm, zwei Bilder nebeneinander auf. Dann könnten wir zwar in 3D auf YouTube hochladen, aber im Ernst, wer guckt 3D-YouTube-Videos? Keiner. Der hat 2D-Videos, oder falls es auch immer das ist. Äh, normaler ist. Ja. Ah, nein, hier kommen wir nicht raus. Warte, es geht hier lang. Pot, 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 pot. Ja, ja. Ja. Und das wäre irgendwie kacke da oben. Da ist noch Polo. Potimab. Also. Ja, also, wie gesagt, ich kann dir dann morgen zeigen mit Outer City und Outer City und Outer City. Crepes. Irgendwann bring ich dem Jungen noch was bei. Das kann aber noch dauern. Crepes, 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 Crepes. Beschränkt das immer aus, wie der das ausspricht. Crepes. Und dabei hat der Junge Französisch hier. Crepes. Das ist nicht normal. Ich weiß, dass es Crepes hat, aber ich habe es so gelernt, dass ich Crepes nenne. Ich bin jetzt beleidigt und laufe aus der Höhle. Ich warte zwar vor der Höhle auf dich, aber ich bin beleidigt. Nur wegen einem Wort. Gehen wir noch in das Wüstenbüro oder gehen wir mal zurück? Wir können zurück am besten. Warte, ich will noch einmal gerade von dem Hügel runter gucken. Weißt du noch, wo wir denn Tom die Fahrt bezahlt haben und der wieder auf so kleinen Kinderding gefahren ist? Ja, wir fanden das so lustig. Wir waren auf der Kirmes und dann haben wir zu einem gemeint aus Spaß, kannst ja bei dem Kinderkarussell mitfahren. Und dann hat er gemeint, wenn ihr mir das bezahlt, dann... Wo bist du denn jetzt rausgegangen? Hier oben, oder? Ja, warte. Ich wollte nur mal gerade das Wüstenbüro angucken. Haben wir dann zusammengelegt. Jeder hat uns 10 Cent gegeben oder sowas. Und dann haben uns später noch 50 Cent gefehlt. Dann kam noch sein Vater und haben noch was dazu gegeben. Und dann haben wir alle nebendran gesteckt und sein abgelacht. Wie der mit dem Kinderkarussell runtergefahren ist. Alter, das ist so lustig. Warte, da hinten ist Nadelholz. Dunkles Nadelholz. Das sieht besser aus. Ich bin noch in der Höhle. Jetzt bin ich draußen. Warte. Okay, hinten. Wir gehen das Nadelholz noch gerade abholzen, dann gehen wir zurück. Jo. Dann können wir Kartoffeln anfangen, ey. Aber dann machen wir auch... Das sind Kürbisse. Ich brauche gerade die Kürbisse ab. Ja, dann machen wir mal einen Zaun über... Ja, klar, damit die Viecher nicht drüber laufen. Und... Ähm... Was ich immer gemacht habe... Das können wir jetzt mal noch nicht machen, weil wir das noch nicht haben. Ich habe immer Glowstones über die Pflanzen drüber gemacht. Warum? Ja, dann ist das maximale Leuchtlevel. Ach so, dann denkst du das auch nachts, gell? Ja. Je mehr nicht, desto besser. Was ist denn? Ich habe gar keinen Platz mehr für Holz. Irgendwas muss ich entsorgen. Nein, warte, wo bist du denn? Hier, ich habe einen Bogenhörer weg. Ich muss mir nur noch einen Schuss hatte. Wo? Ich finde dich gar nicht. Wo bist du denn? Ich bin hier hinten ein Nadelholz am Akron. Geh jetzt noch ein bisschen genauer. Ne. Und ich muss noch ein Leder entsorgen. Nein! Warte, sag mir, wo du bist! Ich bin da, wo die Nadelbäume in der Arena. Ja, hier bin ich auch. Hm? Dann sind Sorgerscheid-Pfeile. Pfeile brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt zurück, wo bist du? Wie gesagt, bei der Arena. Ja. Ich bin jetzt gerade in der Arena und wo bist du? Ah, da bist du. Sagen wir einfach, wir treffen uns oben auf dem Mars oder bist du? Ja, wir schwimmen jetzt mal zurück. Hm. Kartoffeln! Das kam glaube ich vom Enderman, oder? Ne. Was kann man eigentlich aus Kartoffeln machen? Kartoffeln und die dann essen. Man kann die Kartoffeln so essen? Ja, kann sein. Und man kann auch bestimmt irgendwas draus machen. Ey, guck mal, so ein toller Mond. Guck ihn dir mal an. So muss ein Happen und aussehen. Warte mal grad auf mich. Ich bin nicht gesprintet. Okay, dann. Weil das verbraucht Fresse. Warte. Creeper. Zombie. Ja, Kampf verloren. Auf, wir schwimmen rüber. Platz. Warte, ich will spektakulär von oben runterspringen. Warte, guck mal nach oben. Ah, shit, hier sind Skelett. Schwimm nach oben, schwimm nach oben, schwimm nach oben. Das kann nicht so schnell schwimmen wie wir. Wir sind gleich außer Reichweite. Hm. Wenn ich jetzt noch meinen Bogen hätte, könnte ich ihm hinterher schießen. Ja. Da ist ein Creeper direkt an Land. Hm. Die bleibt beim Wasser, dann kriegst du keinen Schaden, der. Doch, ich krieg Schaden. Ich krieg nur keinen Schaden. Es gibt nur keinen Flächenschaden. Ah! Oh, fuck, von der Seite. Hab's kalt gemacht. Alter, von der Seite voll getroffen. Ich würd sagen, wir laufen dem Wasser entlang, oder? Ja, Achtung, neben dir, Creeper. Lauf einfach weiter. Wenn die nicht direkt, wenn man nicht direkt an denen vorbeiläuft, hat man auch nichts zu befürchten. Fail. Alter, übel! Ich hab grad nen übelsten Bug-Eye, das nen übelst saugroße Höhlen. Magma kann man alles. Du siehst, ähm, das ist sowas Bug-X-Ray, nenn ich jetzt mal. Das ist einfach, wenn du die Texturen durchsehen kannst. Obwohl du das eigentlich nicht so, äh, können sollst. Das ist sowas wie X-Ray-Ausgleichs durch Bugs. Warte. Creeper. Spinner. Komm, hier hinterher. Mir nach. Ich klettere gerade ein bisschen. Ich lauf zurück zu unserem Haus. Es wär schön, wenn du mir helfen könntest. Nein! Wo bist du? Komm hier rüber, komm hier rüber. Geh zum Wasser, geh zum Wasser, geh zum Wasser. Ich bin am Wasser. Komm zum Wasser. Wo bist du? Heil dich. Nein, hilf mir, hilf mir, schnell! Wo bist du? Schneller! Ja! Ja! Versteck dich irgendwo hinter. Nein, ich bin gestorben! Scheiße! Shit! Ich rette die heilige Kartoffel. Hast du sie? Ja, aber ich bin auch so gut wie tot. Wo bist du denn? Ich komme dann zu dir. Nein! Fick dich! Du kriegst mein Leben nicht, Spinne! Scheiße! Bisschen holen! Nein, ich bin tot! Nein! Lauf! Sprinten unsere... Sprinten die richtige Richtung! Bist du da? Scheiße! Bist du da? Bist du da? Bist du da? Wir haben nur zwei Minuten Zeit, um das Zeug zu retten. Wo, 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 wo warst du denn? Am Strand entlang! Ich bin geschwommen! Strand! Ja, ich bin auch wieder gleich tot! Ey, das ist so scheiße! Wir hatten eine Kartoffel! Ja, jetzt bin ich wieder tot! So behindert! Komm! Alter, wie viele Fieser sind hier denn bitte! Kann das mal einer sagen? Zwei Creeper! Puff! Ich glaube, ich habe die Stelle wiedergefunden. Ich habe aber nichts, um mich zu verteidigen. Ich habe aber nichts, um mich zu verteidigen. Und ich habe einen Weg gefunden, mich zu schützen. Ja, und wie? Ähm... Unter Wasser sein. Die Viecher können nicht tauchen. Ja. Hast du die Kartoffel? Ja, ich glaube schon. Guck mal nach. Ich kann jetzt gerade nicht nachgucken. Hier läufst du nach Hause. Ich habe die Kartoffel, aber ich werde von einem Skelett beschossen. Wo erschwimmst du? Warte. Ich tauche. Nein, aber... Warte. Bist du an unserem Haus, oder wie? Nein. Da ist ein Skelett. Wenn du mir sagen kannst, wo du bist dann. Ich weiß nicht wo unser Haus ist, das hilft mir. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin gerade am schwimmen. Hey, der Hatten ist ein Zauberer. Scheiße. Fuck. Ich bin auf einer Insel. Ich habe mich jetzt eingemauert. Ich bin hier jetzt sicher. Du musst mich retten kommen, wenn die Nacht vorbei ist. Ja, ich weiß ja gar nicht wo du bist. Ich ordne erstmal wieder mein Inventar. Ich habe jetzt keine Verluste erhalten, außer Erfahrung. Ja, ich auch. Zum Glück haben wir noch die Heilige Kartoffel. Ja. Aber wir haben auch Eisenerz-Verluste. Das ist nicht so schön, wärme noch ein bisschen. Wir haben... Ich habe fünf Eisenerz retten können. Gut. Alter, du bist ein Zauberer. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe mich hier verbarrikadiert. Ja, ich bin... Ich bin auf dem Wasser. Hier... sechs, sieben, acht Zombies. Fünf Skelette. Drei Creeper. Bist du gerade auf dieser Insel da? Nein, ich bin auf irgendeinem kleinen Eck. Du musst mir sagen, wenn es wieder Tag ist. Die Sonne geht langsam auf. Sag mir, wenn die ersten Zombies anfangen zu brennen. Mhm. Ist soweit? Nein, noch nicht. Es beginnt erst gerade die Morgendämmerung. Sag mir, die Viecher brennen. Das muss ich wissen. Ach nein, wie geht das? Das ist aufregend. Ist soweit. Ich will jetzt los. Mein Leben... Ja, warte. Mein Leben ist gleich voll, dann renne ich los. Also ich finde hier keine Zombies mehr. Da ist noch ein... Ja, sie sind... sie sind tot. Ein Creeper und ein Skelett sind noch im Wasser. So, jetzt muss ich mich wieder orientieren. 94, 181. Ah, ich bin... ähm... ich hab jetzt den richtigen Weg. Ja, ich bin gleich zu Hause. Und als... das erste was wir machen in unserem Bunkerkeller, kommt die Katastrophe rein. Ich muss erst... 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 ich bin jetzt gerade kurz vorm Sterben. Ich habe noch sieben Fleisch, wenn ich früh genug zu Hause bin. Ich sehe gerade hier die... ähm... äh... die... äh... das Säulenplateau. Das... ähm... das Plateau, was auf der Säule drauf ist. So. Ach, da bist du hingelaufen. Wann kann ich noch wegschmeißen? Wann kann ich noch wegschmeißen? Ich kann nichts wegschmeißen. Ich habe gerade umsonsten Schwein getötet. Ich hab nichts, was dich wegschmeißen kann. Mach. Ich sehe unser Haus. Ich sehe dich auf dem Dach rumhüpfen. Ich sehe dich aber nicht. Hier hinten. In die Richtung, wo wir gegangen sind. Da ist ein Tüner. Ach, da kommst du. Okay, gut. In die Richtung sind Schwein und Tüner. Das müssen wir uns merken. Da gehen wir gleich hin. Mhm. Um Essen zu kriegen. Äh, so... Das wird jetzt Essen geben. Danke. Also. War schon knapp. Das war nicht nur knapp. Wir sind hier auch gestorben. Ne, ich mach jetzt mit der Kartoffel. Ja. Und direkt in den Bunker. In unseren Führerbunker. Was mach als erstes Mann für zweites Bett? Kann ich machen. Tu das. Wir bräuchten hier unten noch eine Craftingbox. Mach ich gerade. Ähm. Haben zweites Bett. Unsere Kiste ist voll. Ja, da sind noch drei Kiste.